Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2. Wir sind immer noch auf der Flucht vor den Skars. Wir haben unseren Truck überfallen. Wir haben im letzten Part hier ein Erfolgserlebnis mit einem Safe gehabt. Und jetzt gehen wir hier auf die Schienen. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Okay. Oh, das mag ich ganz und gar nicht. Oh, 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 oh. What the fuck? Oh, die Mucke hier ist nice. Klingt wie so ein Zelda-Wüsten-Tempel irgendwie. Oh, scheiße. Die wird gleich mächtig geballert. Ich sag's euch. Oh, scheiße. Ich seh' nix. Oh, bewegst du dich, du Sau. Das hat sich nicht gejuckt, alles klar. Natürlich. Oh, was? Bitte, 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 was? Ich hätte hier töten müssen. Das wäre meine einzige Chance gewesen. Kommt her, ihr Flachwichse. Ihr steht da zu zweit rum. Seid ihr komplett am Arsch? Okay, auf Wiedersehen. Ey, das ist grad echt ein bisschen scheiße. Echt ne beschissene Situation gerade. Weil da vorne kommen noch welche. Die gehen immer zu zweit. Und ich kicke, ich hab... Oh, boah. Ich glaub, das ist es. Ja, kommt beide her, jawohl. So wollte ich's nicht. Ach man, ich wollte die Rohrbomben testen, aber nicht so. Scheiße. Moin. Ah, fuck, das war nix. Oh. Peekaboo, wo sind wir denn? Ich seh nix. Alter, der hat's komplett zerfetzt. Warum schießt er zweimal, Mann? Ich will doch nur reloaden. Oh, meine schönen Bullets. Wo noch? Zeig dich, du, Wechter. Okay, Muni, Muni, alles, bitte. Muni, jetzt brauch ich die Gewehr-Muni von eben. T-Bag. Let's go. Russian Polka. So, du hast doch was hier, oder? Jawohl. Wo seid ihr? Oh, kurz. Jagdpistole. Die kann ich eigentlich mal benutzen, oder? Scheiß mal auf den Schalldämpfer jetzt. Jagdpistole, komm her. Zack. Hier ist der Gewehr-Ballad hier. Pass auf, wo sind die? Hä? Hä? Wie waren noch grad welche? Hallo? Hallo? Wo sind wir denn? Alter, bin ich langsam im Launch-Modus. Ich muss ja immer die Gewehr-Feständigkeit buffen. Guck mal, guck mal. Guck mal, wie. Oh, ist das ekelhaft. Uh, gar nicht geil. Boah, geil. Sehr gut. Kann ich, äh... Fuck, Digga, fuck. Oh, da ist auch noch einer. Oh, ich glaub, ich werde entdeckt. Soll ich raufballern einfach? Oder mit Schalldämpfer arbeiten? Ich glaub, mit Schalldämpfer wär schlauer. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, moin. Dann warten wir mal hier. Yes. So dumm, dass er hier... Oh. Oh, eine tolle Vibration. So dumm, dass er hier hochgekommen ist. Oh, eine Axt. Rilled. Wo sind die anderen? Die andere. Oh, shit. Komm her. Da waren sie noch mehr, da waren sie noch mehr. Leg dich hin, leg dich hin. Okay, wir kommen einigermaßen okay durch. Wir haben vorhin ein paar saftige Headshots gehittert. Das war nice. Die sind sogar da oben. Alter, der da oben macht das alles kaputt, ne? Gute Nachts. Boah. Fuck. Hier ist kein hohes Gras. Oh mein Gott. Warum kommst du so nahe hier? Was zum? Kein Glück konnte es nicht gerade abschlagen. Das wäre nicht so gut gekommen. Oh, Machete. Nice. Okay. Ich muss den oben ausschalten. Der macht dich auch ein bisschen... Oh, da ist er, da ist einer. Ernsthaft? Nein. Das macht gerade meine ganzen Pläne kaputt. Bist du das überhaupt? War das der letzte? Nein, da ist noch einer. Bleib mal kurz stehen, Kollege. Sehr gut. Schalldämpfer gone. Das heißt, ich wechsle direkt auf die Jagd... Dings. Und vielleicht mal das Gewehr auch benutzen. Verdammte Scheiße. War's das? Ich sehe keine mehr. Ja, na. Auf geht's. Digger. Aua. Run, boy, run! Hoch hier. Okay. Das ging ja rasant weiter hier. Komm schon. Zack, 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 zack. Gönn ihren... Oh, hier hat jemand gekämmt. Nice. Ist hier noch was? Nee. Nee, nee, nee. Hier ist nix. Hallo. Aufpassen hier. Language. YouTube mag das nicht. Ich mach's da selber, aber du nicht. Sei nicht so wie ich. Meine Güte. Ja, kann ich sogar. Ja, kann ich sogar. Digga, mach doch. Abby, bist du am Arsch? Ach, du fucking Scheiße. Was zum... Mann! Der Schallämpfer, nein. Die Pisten, Manni. Rein, 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 rein. Okay, jetzt hat die Jagdpistole rausgeholt. Zack, zack, zack. Alice! Nein! Alice, komm her! Oh mein Gott, oh mein Gott. Wer kriegt mich nicht, du Psychos? Aufgepasst! Jetzt holt das Gewehr raus. Verdammt! Wo? Ich seh ihn nicht. Ich seh ihn nicht! Ach, da oben? Aber auf, 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 auf gut. Es sind unsere Leute! Oh. Na bitte! Mach sich mal nicht runter! Alles okay! Alles okay! Na los! Gehen wir, bevor noch mehr von den Freaks kommen. Bereit? Gut, dass ihr da wart. Gut, dass wir vorbeigefahren sind. Haben die Schüsse gehört. Los! Shit! Scheiße, alles okay? Ich werde zu überleben. Hier! Hey, zeig mal die Hand! Alle da! Der Kugel in der Hand teurer. Ich weiß, wir sind fast da. Ich habe nichts gespürt. Hey! Wir haben zwei! Er hat eine Schusswunde an der Hand. Hey! Du warst gar nicht schlecht. Hast schon ein Kompliment. Das war ziemlich viel Blut, oder? Sie schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Schön misstrauisch sein. Hey, warte mal! Du hast noch Kontakt. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit drei Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay. Wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Weird. Du hast ja gesagt, du vertraust sie nicht. Wenn das ein neuer war. Wir sind hier. Hey, zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. So voll war's hier noch nicht. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Ich kenne hier überhaupt keinen. Du? Nein. In keinster Weise. Hallo, Abby. Komm mal kurz. Lol, die da kennen wir aber. Ja? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ähm, ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Das war doch die, die das Videospiel gespielt hat. Oder nicht? Nee, das war nicht die. Okay, danke. Wir schauen mal. Nee, da hinten sitzt sie. Oh, wie gut. Die zockt halt immer noch. Haha. Diese schreckliche Musik. Hey, Whitney. Nee. Oh, hey Abby. Was gibt's? Weißt du, was sie vor sich gibt? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer. Aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Lass dich nicht stören. Man sieht sich. Coole Musik ist anders. Verdammte Videospieler. Lass mich mal durch hier. Soll ich hier nicht durch? Hä, wo ist sie lang? Au. Pardon. Pardon. Tut mir leid. Sieht genau gleich aus wie die eben. Alter. Erstmal Alk von der Intensivstation klauen. Man kennt ihn. Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Hm. Wenn man vom Teufel spricht. Hey, Leute. Wie geht's dir, Menona? Nur noch ein paar Stiche. Und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Genau. Entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weggehen. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora. Konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's, Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Jemand sollte Ohren Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Die Leichenhalle, oder was? Oh oh. Oh mein Gott. Sind das alles unsere? Ja. Und es werden stündlich mehr. Sag nichts zu Mel, okay? Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Wer ist denn dem Leichensack? Owen, oder was? Oh scheiße. Es ist Danny. Danny war auch mit Owen unterwegs, oder? Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Scars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück. Mit einer Kugel im Bauch. Pinches Scars, hijos de puta. Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber... Soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los war? Ja, ich hab's versucht. Aber er... sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also... sagt mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. 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 Mann. Warum hat Isaac keinen Suchtuch für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es noch nicht. Scheiße, das hoffe ich. Okay. Ähm. Okay. Also... Es wäre jetzt krasser Plot gewesen, wenn irgendwie Owen in dem Sack wäre. Weil dann... Boah. Weiß ich gar nicht. Es wäre krass gewesen, wenn Joel... Nee, nicht Joel. Tommy Owen getötet hätte und jetzt Owen in dem leichten Sack gewesen wäre. Dann hätte Abby nochmal einen Grund, irgendwen zu töten einfach. Oh mein Gott. Okay. Aber ich würde sagen, für heute belassen wir es dabei. Wir hatten den letzten Parts... Oder war es der letzte Part? Wir waren einer der letzten Parts. Das war sehr lange. Das heißt, wir werden ihn wieder ein bisschen regulieren müssen hier. Und ich weiß auch fast danach, was gleich kommt. Also schöne Part-Aufteilung für Themen und so. Also passt alles perfekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Part 2. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020